Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProMotorTV, ihrem aktuellen Service-Magazin für Auto- und Verkehrssicherheit. Wir haben wieder viele nützliche Beiträge für alle Verkehrsteilnehmer zusammengestellt und beginnen heute mit dem Thema Tagfahrlicht. Seit diesem Februar müssen neue Autos mit Tagfahrlicht ausgerüstet sein. Mit der neuen Vorschrift kommt das Europaparlament einem beträchtlichen Teil der Autofahrer entgegen, die bereits freiwillig tagsüber ihr Abblendlicht einschalten. Der Nutzen für die Verkehrssicherheit wird jedoch deutlich höher, wenn mit Nachrüstlösungen auch der Bestand von rund 41 Millionen Pkw und 2,3 Millionen Lkw erfasst wird. Licht bedeutet Sicherheit in vielen Lebensbereichen. Im Straßenverkehr heißt es für alle Verkehrsteilnehmer sehen und gesehen werden. Für die Autofahrer bedeutet das Licht an, auch am Tage. Denn es hat sich erwiesen, dass auch tagsüber ein Auto schneller zu erkennen ist, wenn es mit Licht fährt. Eine typische Landstraßensituation. Das hintere Fahrzeug ist vom Betrachter weiter entfernt als das vordere, wird aber früher und deutlicher wahrgenommen, weil es mit Licht fährt. Besonders bei wechselnden Hell-Dunkel-Passagen ist der Sicherheitsvorteil unübersehbar. Entgegenkommende Fahrzeuge mit eingeschaltetem Licht werden eher wahrgenommen. Die Geschwindigkeit kann besser eingeschätzt werden. Beim Überholen auf Landstraßen generell eine Situation mit hohem Unfallrisiko, zeigt sich ein weiterer Vorteil des Tagfahrlichts. Das zunächst verdeckte Fahrzeug wird beim Überholen schneller erkannt. Der entgegenkommende Verkehr kann notfalls das eigene Tempo korrigieren. Überholvorgänge werden also mit Tagfahrlicht sicherer. Trotzdem keine unnötigen Risiken eingehen. Auch unübersichtliche Verkehrssituationen werden durch Tagfahrlicht entschärft. Das von rechts kommende Fahrzeug wird selbst in der Peripherie des Sichtbereichs noch wahrgenommen, weil das Fahrlicht durch die Bäume hindurch gut zu erkennen ist. Unser Tipp, fahren Sie vorsichtig und immer mit Licht. In München begrüße ich jetzt Herrn Stefan Berndanner von Osram. Herr Berndanner, was genau ist eigentlich Tagfahrlicht? Licht ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit im Straßenverkehr. Das gilt nachts, aber natürlich auch tagsüber. Schließlich geht es bei Licht nicht nur um das Sehen, sondern auch um das Gesehenwerden. Besonders in Alleen, Häuserschluchten und auf Landstraßen bei wechselnden Lichtverhältnissen. Tagfahrlicht sind spezielle Lichtlösungen, die zusätzlich zum klassischen Ablähnlicht im Fahrzeug installiert werden. Sie sind meist in der Front oder im Scheinwerfer integriert und schalten sich automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird. Die EU hat eine Pflicht für den Einbau von automatischem Tagfahrlicht in neue Pkw beschlossen. Wie wirkt sich denn dieser Beschluss auf bereits zugelassene Pkw aus? Es gibt keine Pflicht, Fahrzeuge nachzurüsten. Vorteile für die Verkehrssicherheit, die zum EU-Beschluss geführt haben, gelten natürlich auch für den Bestand. Dabei hat der Autofahrer die Wahl, LED-Tag verleuchten oder aber das Ablähnlicht durchgehend eingeschaltet zu lassen. Wichtig ist in beiden Fällen, hochwertige Produkte zu wählen und diese fachmännisch einbauen zu lassen. Das deutsche Kfz-Gewerbe rät zum nachträglichen Einbau in einer Innungswerkstatt. Warum sollte denn hier nur der Profi ran? Eingebaute Bauteile müssen genehmigt sein, unverändert eingebaut werden und bestimmte Maßvorgaben sind zu beachten. Ansonsten kann es bei der nächsten Hauptuntersuchung keine Prüfplagete geben. Wie wirkt sich Tagfahrlichtern auf die Unterhaltskosten aus? Die Wahl der richtigen Lösung kann bares Geld sparen. LED-Tagfahrlichter verbrauchen weniger Energie als klassische Ablähnlichter, was sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt. Herr Berndonner, vielen herzlichen Dank für die Tipps.